hallo zusammen und herzlich willkommen zum ersten teil vom 100er wurfmodus mit mir auch im jörn wieser ich hoffe euch alle draußen geht es soweit gut mir geht es auch gut ich spiele jetzt wieder auf bahn 1 zuerst mein rekord beim 100er wurfmodus sind 435 ich bin schon sehr gespannt auf welche punkte ich beim ersten durchgang kommen werde und bei diesen ersten durchgang wünsche ich euch viel spaß gut unterhaltung natürlich auch viel vergnügen und ich werde jetzt wieder viele kirche schreien und für einen durchgabe ich 20 minuten zeit also 25 vor 25 abkommt dann einmal wechseln und ja ich beginne diese hunderter hochsession mit unserem sport gut und das auch klärtig ist gut 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 und los geht so so Untertitelung des ZDF, 2020 Dieben, 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 dieben! Dieben, dieben! Dieben, 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 die Schlatter! 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 Das war's für heute. 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 Hey, hey! Das war's für heute. 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 Halt! Halt! Sü! Halt! T'neenie! 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 Aw, shocker point! Heimbe nia, il porco! Köln! Und zurück! Abwechslung! Zimt ein! Zimt ein! National! Go! Halt! 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 Schnuppel! Schnuppel! 1, 2, 3, 4 Schnoten! 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 Was! Ziemann, Ziemann, Ziemann! 語字幕 Yo yo Ich die Seite insegur Bin Ich hab sie Ich liebe ot Ich kann es áng Die Fresse geht ab! Ja, Luki, Luki! Röntel, buchte, röntel, 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 schweig! Nein, nein, johle, schweig! Röntel, schaule! Schmeimann, bole, alle! Schaule, schaule, schaule! Sechse! Voila, la, la! Hoi, move! Und da! So, das war der erste Durchgang gewesen. Ich bin auf 207 Punkte gekommen, trotz 3 Fehlwürfeln. Hätte ich den 9er nicht gemacht, wären es fast keine 200 geworden. Aber ich hoffe, der erste Teil hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann gleich im zweiten Teil wieder. Bis dahin, bleibt alle gesund, haut gemisst und bis zum nächsten Mal. Euer Lino Rieser. Tschüss! Tschüss!!! Vielen Dank.